Ich kann aber noch nicht einschätzen, ob der gut spielt. Slap. Slap. Als Tom Kench. Ich hätte vielleicht Dingens mitnehmen sollen. Eine andere Rune. Oh shit, das war voll dumm. Towershot getankt. Richtig? Ist die Frage? Ich glaube schon. Mit Ignite? Ja, natürlich. Nice. Da kommen wir doch hinterher, mein Jung. Schlepp. Oh shit, voll daneben geschleckt. Ich kann Grass an den Farmen. Saugeil. Oh, jetzt nicht mehr. Nice award, bro. Komm, Warwick ist da. Leute, noch jemand anderes in Warwick vor allem. Okay, den hätten wir. Ich weiß nicht, ob wir den auch noch kriegen. Vielleicht, wenn ich ihn Buddy block. Ja, tatsächlich. Ja, und jetzt weg da mit dir. Keck, keck hier, keck. Schleck. Scheiße, sogar White Plate rein. Äh, Cyan. Nicht nur der Vic War. Boop. Boop. Hallo? Mates? Oh mein Gott. Ey, guck mal, da ist jemand. Ja. Ey, Warwick. Tja, was macht jetzt der? Ja, sauber. Richtig schlecht gespielt von beiden. Okay. Chillig. Was mach ich überhaupt? Bisschen Grasp noch stacken an ihm. Oh lol. Ich hab keine Vision. Lol. Mach ich weg hier. Hey, Smite. Hallo? Oh mein Gott. Ja, good night. Caitlin. Boah, hab ich ne Reaktionszeit. Na, wie geht's dir Twitch, ha? So ein Ding ist das. Was macht der Typ da? Ja, ist auch komplett los hier. Hört ja mal, ja. Boah, was ne gute W. Hier hat die Renata Ultrasilis. Er macht sie jetzt wahrscheinlich auch. Jupp. Kriegen erstmal schön beiseite. Komm her, Minion. So. Brand ist einfach Top Lane. Ich könnte mir eigentlich auch mal ein bisschen MR holen, wegen Brand und, äh, Silas. Ich glaub, das mach ich, wenn ich Warmox hab. Ey. Oh shit. Ja. Ja, Twitch. Was denn Brand nieder? Der geil hat einfach Brand fast gekillt. Ja, Dippen. Oh ja, Alessandra. Oh ja. Tümmigen wir das doch gerne. Der sterbt mich eh nicht. Guck. Ist noch Caitlin da? Yeah. GG's. Komm, Fizz. Let's go. Oh, das war's, Fizz. Nice. Die Cannon. Die Cannon. Die Cannon. Hörne mich jetzt. Der lebt. Der lebt. Holy fucking shit. Wir haben den Fizzgott im Team. Ja, Morde. Was machst du jetzt? Oh no. Morde? Was ist denn da los? Was ist denn großer? Baut auf ne Polyvita-Welt. Oh man. Morde. Ejo, Ejo. Morde. Ejo, Ejo. Oh shit. No. Holy shit. Wo kam er denn jetzt her? Ah. Das ist absolute Pain jetzt, Digger. Das war fucking schlecht. Holy shit. Das war mies schlecht. Ich hab' ein Auto-Attack hier. Ja, Spell-Shield genommen. Nämlich. Boah, ich brauch' hier eigentlich noch so'n Layout, wo ich's hier so, ähm, vielig gewonnen hab' bis jetzt. Naja, die hab' ich hier fast gewonnen, Shots, basically. Also meinerseits war das ja ein saulangweiliges Spiel, genauso wie vom Graves. Ich hab' einfach... Ich steh' 3-3-2. Graves steht jetzt 1-4-5. Also... Weiß' ja nicht. Fizz und Samir haben halt abgerissen. Vor allem Fizz. Was ist hier drin? Weiß' man das? Na, Dings, ne? Ah, dem Surrendert. Ja, GG ist der. E-Straps amir, der Klassischer. Was macht Fizz Doppelpunkt All, GG? Bist du ready? Ja, immer. Perfekt. Oh, der... Kane wartet da noch? Oh, Modest-Hair-To-Kate-I-Kass. Tafik erstmal Ignite rausgehauen. Auf ne Full-Life-Zone. Und danach sind sie nicht mehr engaged. Kane will Kane kommen, um irgendwie zu helfen. Kane will actually kommen, um zu helfen. Hoho, nice. Morde, Digga. Absolut lost oder weg, Sempril. Ultet mich einfach, nachdem meine Diggels durchkamen. Und holy shit, hat er noch viel ausgehalten. Wow. Mächen. Ich muss das sogar noch healen. Der Ocean Rake the Night. Ich will so den Wartler weg. Alter, war das Klo so dumm gespielt von mir. Ja, dafür, dass die 6-1 steht, ist sie echt scheiße. Ja, es ist so sad. Ich plop die jetzt aber nieder. Mit der... Ich glaube, der hat noch... Kriegen wir die? Schönes Ding. Kann ich nochmal... Ja, nice. Wichtig. Die müssen beim Buff sein. Weit nicht. Ah, Leute, wie schnell haben die den gemacht? Oh, holy shit. Ah, hi. So, wer hat den? Hier hat den. Hier hat den Buff. Okay. Oh, wichtig. Wenn der nämlich einen ultet, dann bin ich raus. Komm schon. Oh, let's go. Nice. Sauwichtig. So, wer hat den Buff? Du hast den Buff. Der muss ich... Der muss ich richtig random. Nice. Ja, nice. So, wie sieht's denn aus hier? Machen wir hier irgendwas? Wir... Die... Oh, ja. Wir machen actually was. Komm, die stirbt. Ja, nice. Ja, Tarek will das Ding auch. Ja, perfekt. Hab weder die Wand getroffen, noch mein Stein. No. Weg mit ihm. Nein, ohne Lendi. Lass mal. Weil ich tank immer noch. Ja, tank mal für mich. Danke. Der stirbt gleich. Wieso passiert dir nichts? Digga, jetzt ist hier ein Mal da, den ich... So. Oh, weißt du, ist er gleich in dir? Holy shit. Okay. Wir können dir gerade nicht ganz folgen. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Normaler Kalin ist... Oh, der hat Bock. Ey, ich komme mal nach rechts in den Busch. Oh, ich habe sie nicht... Ich habe sie nicht abgenockt, sondern nur den Dingens. Wo waren bitte Kayn und... Ach, die haben den... Nee, warte, wo waren die anderen, bitte? Lean. Geil fürs Team. Nice. Warte mal, wen könnte ich denn... Ich könnte eigentlich Kayn buffen. Ach, der Gott. Könntest du mir ein Item craften, falls du es mir nicht betonen möchtest. Ja, ich... Ich... Ich gebe es, glaube ich, erst mal Kayn, weil der noch am vielesten ist. Danach gebe ich dir oder Syndra. Je nachdem, wer jetzt vielleicht besser ist. Ist das hier ranked oder was? Ja. Jetzt hast du zwei. Ups. Nee, nicht Sona. Ich will dich Sona ancraften. Oh, ich gebe Sona, Junge. Die brauche auf. Jetzt wird es nicht nötig. Nötig. Oh, scheiße. Die hat einen Guardians. Und eine Taric in sich drin. Ja, der fuck. Weg mit der... Der ist einfach schon fast... Der ist einfach schon fast tot. Der ist tot. Oh Gott, wo ging meine Ult hin? Scheiße. Meine... Nein, die Seelen. Die Seelen. Hä, man kann den Ward-Placen, während man tot ist? Oder... Oder... Ah, nee, die haben das durch Lens, glaube ich. Nee. Ranked in a nutshell. Digga, es kann nicht sein, dass ich drei Ranked-Games hintereinander gewonnen habe. Wie? Easy. Der hat 500k auf Nasus. Ja, Glückwunsch, Digga. Oh Mann, ich habe noch 331. Alter, Junge, was ist hier los? 500k, als ich 350 kam, ist okay. Okay, ähm... Digga, die wählen ja auch. Alter, du hast... Alter, Swain ist nicht schlecht, er macht ordentlich Schammer. Ich denke, ich bin wieder tot. Holy shit, hier sind drei. Okay. Der ist zählt nicht als Farmer. Boah, wer wollen die da wirklich rein? Holy shit. Neh mich zu... Alter, Zyra hat mich gleich durch eine Combo. Kindred, Ult, Kindred, Ult. Okay, clean. Oh mein Gott. Digga, die sind so clean. Oh shit, Kindred. Hat sie noch hier ihre Rolle? Oh shit. Nice. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, die sind so clean unterwegs. Shit. Auf Botlin gibt es die... Polizekleinus. Ey, wie nervig, Nasus. Ja, Problem mit ihrer Unsichtbarkeit. Was, die hat die gekillt? Ich mach' ein Double. Digga, ich krieg sie eigentlich, äh... Holy fucking shit. Wenig Damage sie bekommen hat. Fucking, äh... Red Smite. Was war das? Hast du geultert? Ja, lol. Hier ist Bellbeth. Aber ich will hier eigentlich eher meinem Mate helfen. Polizek kann man dadurch unterherkommen. Es ist eine Bellwuff. Bellwuff. So, Ult dürfte er nicht haben, weil er die eben genutzt hat. Das war Botlane gerade wieder. Hammerzimmer hier. Let's go. Ich hab' irgendwie das Gefühl, dass gleich ganz viele andere Sachen hier herkommen. Mmh... Kindred, wie viele hast du schon? Neun. Au. Iiih, aber pass ich mal auf neun. Wenn's zehn ist, dann... Befort halt für's. Okay. Na, die fucking... Nein, der Turret! Nein! We need to survive! Ich wollt grad sagen, der fucking, äh, Minion hat meine Q geblockt. Na komm. No risk, no fun. Na, perfekt. Wie, was ist denn das jetzt hier? Was will sie jetzt hier? Nice. Holen wir auch noch. Schönes Ding. Digga, das war wieder der Bellwuff bloß. Hat mir geholfen. Äh, Rundans, wir... Ne, doch. Der Bogen hat auch ne andere Farbe. Oh mein Gott, hat die Scheiße, weil die Scheiße damit... Oh, leuchtet wir gehen da. Okay. Ne, passt. Alles gut. Die ist gerade geflasht. Hä? Was ist mit dem? Oh nein, ich will nicht mehr sagen. Na, 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 na. Hä? Was war das für ein Move von denen? Ich guck mal, wie lange der Auto-Tech channelt. Man sieht den Strich halt einfach. 5, 2 und trotzdem am losen. Nur, never mind. Ja, ich bin nicht am losen. Digga, was ist hier eigentlich... Was weiß ich denn hier? 5 Pflanzen. Was ist hier los, Junge? What the fuck? Peter Thunberg hat Bäume gepflanzt. Man, Tristana, gehen wir mal nicht auf die Eier. Pass auf, Herr Tristana. Ach, Digga, was für... Was ist denn los heute? Ja, komm, ich werde jetzt wahrscheinlich mordig gecounterpickt, aber scheiß drauf. Doch, was? Den gibt's schon. Der ist schon draußen? Scheiße. Wieso hat da denn keiner gespielt, die ganzen vier Games? Sie hat mich umgebracht. Keine Ahnung, was er da gemacht hat oder probiert hat. Es sah sehr bedrohlich aus, aber... Letztendlich... Hat er eben die Ash mit wie viel Tempo in mich reingepullt. Nein. Oh, Mann. Oh, er hat seine Ult aktiviert. Fällt mir gerade auf. Cool. Würde mich ärgern, wenn ich Air wäre. Ja, block mal den Damage. Hat super funktioniert, so wie es aussieht. Komm mal her, Minion. Digga, die Ult, Alter. Hat er so wie schlecht genutzt. Ich kann dich safe auch mit meiner Ult blocken. Ich werde so blöd. Ich finde es super, wie alle Mittel laufen, aber den Bock von eurem Nachbiet sie fallen. Hey, der Briggel gibt es auch noch. Mann, leider gibt es kein Darkseal für, ähm... Und... Digga, leider gibt es kein Darkseal für AD. Hey, was geht? Gesahn. Oh. Gesahn. 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 Und dann ist er geflasht. Ja, okay, komm, wir quadern die jetzt. Er hat einmal Air gedrückt. Ja, ich bin dead, glaube ich. Ich habe leider keine Dingens ab. Komm, bitte, Takedown. Gott, der Himmel. Boah, Renat hat so den... Ich habe das den fucking Shit, äh, Arsch gerettet. Ja, und das hat sie bei mir nie gemacht. Penta? Penta? Ja, ich finish lieber anstatt, dass ich mir einen Penta hole. I guess. Renata hat ein richtiges Kack... Eine richtige Kack-Possession. Ja, ja, das sind vier Gegner und haste sie nicht gesehen. Aua. Okay, not bad. Ey, wie kann ich da bitte... Ich habe so viel True Damage bekommen. Aua. Ich habe so viel True Damage bekommen. Wait, what? Loll. Ich habe gar nichts drauf gehabt. Digga, wie viele Viechersünder. Holy Shit. Alter. Ja, ne? Ich habe so viel True Damage bekommen.